So, willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit den Schwager. Jao, how dare you, Leute. Jao. Okay. Und, ja, äh. Gehen wir schnell ins Bit. Genau, gehen wir mal schnell ins Bit. Ein Späckchen. Aber ich muss Text-O-Pack, oder das Text-O-Pack muss ich mal ein bisschen umbearbeiten wegen dem Bit. Schaut echt furchtbar aus. Ach so. Ich glaube, ich da auch mal unter das eine, weil das mieser ist, ist schon saugall, oder irgendwie. Na, was ich echt fehlen kann, ähm, was ich empfehlen kann, ist meine Kraft, äh, Working. Einfach Honeyball, oder? Ja, genau. Also, das schaut top aus, das. Oder, das Working, habe ich glaube drin. Ach, jetzt habe ich vergessen, wo in der Videobeschreibung immer eine Daumen ist, äh, das Text-O-Pack, oder? Ach so, ja, Kunst, eine, du mehr hast. Kann man eigentlich nur eine Daumen, naja. Ähm, ja, was könnte ich jetzt machen? Ah ja, stimmt, ich baue erst einmal das Haus da, oder nur, Werkzeug, habe ich. So, dann, äh. Erstmal alles aus, die Rammer, was ich jetzt brauche. Ja, ja, ich weiß, aber immer noch nicht, wo es sich dann da noch machen kann, genau den O-Holzen, da, oder? Äh, das weiß ich auch nicht. Kann ich mal nur das große Loch da, dazu bauen, aber ich brauche jetzt mal irgendwie so größer, das Projekt, so größer, das Haus, oder? Ja, mir passt halt mal der Haus, oder? Ja, ich habe immer nur keine Vorstellungen. Äh, das ist ja, 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 das ist ja. Bekannt, oder? Das ist ja, das ist ja, das ist ja, das ist ja der Erkundungssturm, aber, oder? Kampen, wir haben auch noch mal machen. War vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Oder ich, ähm, sitz mit Rohr, dass man da nochmal, bald einmal verzaubern können, wow, creeper. Naja. Ey, wir kannten wieder eine Miene, einiges. Kann man auch mal wieder machen, ja. ich wollte nur noch schauen weil für bücher egal dass man jetzt braucht für verzauberungstisch ja ich glaube je mehr da desto besser genau so dreimal vier sind 12 12 stück langer dann zwölf bücherregale reichen maximale verzaubern zu können kannte einmal nachschauen ob man schon bücher macht in china ich glaube ich baue dann mal nur wir häussten ist zuckerrohr bis soll mehr oder weiter haben wir ja bloß das im garten stelle ach so nützt die schweinchen hier und da jetzt nur uns nah doch doch immer nur uns und gar nichts zu machen hier die schweren schweinchen füttern nicht nur die kühe füttern echt schlimm rohes rinderfleisch normal braten ich wollte da nur umrahmen genau da haben mich da mal alles ins lagerhaus um so bloß ich weiß was ich jetzt ist ein rahmen ob ich nur rahmen ich weiß nicht wo ich die einteilung machen soll ich bei stein dann aller stein mächtigsten ich habe gesagt kabelstern und klingstern trennen vielleicht ok wird sich gemacht ja ich war nur keine vorstellung wenn wir das machen kann klar in dem mitten auf jeden fall so schöne minecraft musik sehr schön du passt wieder an deinem hause monana ja aber ich werde dann ein ding so beginne da kann man zusammen der weg ja da würde dann am mit k k k k k k k äh was ist jetzt also an des grad lake oder was ja aber richtiger bin immer aus dem luch aus der kinder gott und damit den rest ich habe ach genau eigentlich kochen also wirkzeuge ob wir eigentlich genügend nur da braucht jetzt kochen immer noch ein eiskummer perfekt aber wieder kein hohen entsprungen maxi muss es auf den bohnen schmeißen und schreien los pikachu ja genau das kann weg also ich war ausgerüstet mit mini wird es noch besser werden mitgenommen ich hätte eigentlich mal nur ein krempel viktor wohl vielleicht nicht braucht 64 naja die brauche ja nicht so viel so ja okay wo steigen ein heißen schwert ist passt bist du nur bei deiner hütte ja ach was zum essen hast du was vorn bei dir ich habe glaube ich muss mal in truhe eine oder nimm einfach die millionen da haben wir ja genau der brot damals oder mal lieber hätte sieben stück nur jetzt muss da mal o farma gay für der weizenform ja in welcher truhe hast du das da haben wir weizen aus neun weizen brot aussehe was aus neun weizen wetter brot aussehe oder man braucht drei weizen für ein brot ach so gut wir nehmen wir das mit samen birken setzling zuckerrohr wasser da muss diese ordnern ach so was schon okay drei brot er kannten einmal an mike seite bett mich stellen sehr gut so mehr blut weil ich wüsste ob man dieses häuschen und wieder aufbaut um bei ureißen oder keine ahnung er gemäßt damit hatte ich halt sagen dass man das loch dazu machen ist da richtig hätte ich einmal gesagt weil und das gefällt mir irgendwann gar nicht sondern einfach mal zu bauen woher melons haben oder melonen hast gesagt ich hätte zu bauern millionen o kakt ich kann noch mal 12 geben so hat er gottes land wer schon lange das wird schon reichen so was sagen wir dann mit dem holz da schaut einmal die sowas machten er ja das ist so komisch mit dem holz das so absichtlich ist keine ahnung da hinten müssen wir auf oder genau ok war das da na das mit da oder na das war bis da oder was da habe ich die fackel geplant hat ach so ok damit haben wir noch mal ein bisserl aus ich glaube da haben wir nur ein risk von hat den messen manu erschöpfen aber auch das mit dem holz um die 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 nach der gelberin cool war schleim das muss aber echt schauen dass ich stehe weil jetzt level jeder 20 bin aber das ist ja woher fahrt Schööi ruhtbleiben. So, da haben wir noch ein Schleim. Ähm, gehen wir da, Henry, schau mal. Manuel. Da nicht. Oh, da war's. Da können wir sogar das ganze Holz holen und da ist Kohle da. Oh, das ist gut. Oh, ein Creepards. Schleicht die. Ah, Gott, den hat sich das rissen. Okay, da waren wir auch schon mal herinnern, ob er da kam. Aber der hat Kohle frei. Oh, 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 das ist gut. Der war doch jetzt irgendwo auf Workbench, oder? Zombie? Eine wollen halt schon mal eine machen, ist ja egal. Ich brauche jetzt hier dann noch eine Steinachst, dass ich dann das Holz auch bauen kann. Ja, kann ich da auch nicht geben, ich habe ein paar gemacht. Zack, zack. Ach, da geht's gleich hoch, das ist blöd. Puh. Okay, da bin ich bei unten gefallen. Ach, da wurde der Spinnensporner, geil. Der kann man mit einer, glaub, den kann man abbauen. Also mit einer Holzachst. Aus Holz. Wo's? Den Spinnensporner, den selber abbauen kann er. Mit der Holzachst? Ja, ja, ich glaub schon. Also hat mal der Settelpeak gemeint. Alter, der hat mich auch gekaut. Da bin ich jetzt auch gerade unten gefallen, das mache ich mal so, das Loch. Ja, warte, lass mir aber erst achten, das ist nur Schleim. Schleim, 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 Schleim. Ach, da, stimmt, das ist das. Stimmt, ich wollte da nur mit Redstone was machen. Wo, was genau? Wollt ihr da Mike Klawe, ähm, Weizenform, irgendwie so automatisch die Weizenform machen. Ah, stimmt. Oh, wie viel Schleim's da sind. Süß. Aber da ist wieder ewig viel cool. Es gibt's ja nicht, wie viel isen da. Ey, wie viel, wie viel Erfahrung man da kriegt, der Wahnsinn. Beim Schleim kaputt hauen. Ja. All die teilen sich ja dann. Ja. Da kriegst du wie jeden Stück dann irgendwie so, bisschen Erfahrung. Zack.